Heute machen wir Püree. Dafür brauchen wir Karotten, Kartoffeln, Erbsen und Linsen. Linsen und Erbsen waschen und einweichen lassen. Wir schneiden die Möhren und die Kartoffeln klein. Gut salzen und kochen lassen. Weichgekocht fischen wir das erstmal raus. Und in das Kochwasser kommen die Erbsen und Linsen rein. Ein Stück Butter. Jetzt fügen wir alles zusammen und mit einem Schuss Milch wird es zerstampft. Als Beilage nehmen wir ein paar Fischdiepie. Und raus mit unserer Beilage. Und servieren. Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut.